Familie Blü. Ihre Ruhestandsbilanz hat folgende Erkenntnisse gebracht. Sie besitzen ein Eigenheim, Versicherungen, Bankprodukte. Was Ihre Berater leider nicht einkalkuliert haben. Ihre Kaufkraft wird im Alter durch Inflation und Steuern massiv sinken. Sie werden im Ruhestand wesentlich mehr Geld für Ihre Lebensqualität, Ihr Haus und Ihre Gesundheit brauchen. Vor allem wenn Sie älter werden, als Sie denken. Mit Ihrer jetzigen Anlagestrategie werden Sie laut unserer Kalkulation mit 75 leider regelrecht verarmen. Wir Ruhestandsplaner haben eine immense Verantwortung, nämlich Ihre finanzielle Freiheit im Alter. Sie müssen jetzt aktiv werden, um Ihre Altersversorgung zu heilen. Dieter Gräbner, der erste Bayreuther Ruhestandsplaner. Denn das Einzige, was zählt, ist Ihre finanzielle Freiheit im Alter. Familie Blüm, Sie haben damals die Vorschläge Ihrer Ruhestandsplaner nicht befolgt. Wie geht es Ihnen heute? Ich habe immer gedacht, die Rente, die wäre sicher. Und jetzt merke ich, es ist noch Leben da, aber keine Rente mehr. Bis zum nächsten Mal.